Unter dem Namen PDXCon Remixed präsentierte Publisher Paradox Interactive dieses Wochenende seine Ankündigungen in virtueller Form. Mit dabei waren ein brandneues Victoria und Erweiterungen für Crusader Kings 3, Empire of Sin, Prison Architect, Hearts of Iron 4, Cities Skylines und Stellaris. Die beliebte Victoria-Strategie-Serie kehrt mit Victoria 3 endlich zurück. Ihr führt ein Volk durch die turbulenten Zeiten der viktorianischen Zeit und beeinflusst Innen- wie Außenpolitik, Handel, Produktion, Kriegsführung, Technologie und Ideologie der Nation. Es wird möglich sein, verschiedenste Regierungsformen für euer Land herbeizuführen, aber Vorsicht, kein Wandel bleibt ohne Konsequenzen. Victoria 3 soll sowohl für Einsteiger als auch für Profis geeignet sein und zum Release für den PC auch sofort im Xbox Game Pass zu haben sein. Einen Veröffentlichungstermin gibt's aber noch nicht. Mit Royal Court steht die erste größere Erweiterung für Crusader Kings 3 in den Startlöchern. Die hält Neuerungen für den kulturellen Austausch zwischen Nationen und für das Leben als Regent bereit. Von wirklich trivialen Angelegenheiten bis hin zu Dingen, die Auswirkungen für das ganze Reich haben, müssen ständig Entscheidungen getroffen werden. Neu in Royal Court mit dabei ist unter anderem ein überarbeitetes Kultursystem. Einen Release-Termin des PC-Add-ons gibt's aber noch nicht. Mit dem Make-it-Count-Add-on wird das Wirtschaftssystem von Empire of Sin komplett überarbeitet. Außerdem wird's mit dem Update Mod-Support geben. Neue Spielmissionen gibt's in Form von Lanskys Geschichte, in der mit dem Kredit-High auch ein weiteres neues Feature freigeschaltet werden kann. Der DLC erscheint noch 2021 für PC, PS4, Xbox One und Switch. Bei Prison Architect dreht sich im neuen Adron alles um die Resozialisierung eurer Gefangenen. Für jeden erfolgreich Resozialisierten, aus dem Gefängnis entlassenen Sträfling erhaltet ihr Geld. Wird jedoch ein ehemaliger Insasser eurer Einrichtung erneut auffällig, bedeutet das eine wesentlich saftigere Strafe. Das Add-on wird für PC, PS4 und Xbox One am 16. Juni 2021 erscheinen. Die Nintendo Switch-Version folgt am 29. Juni. Für Hearts of Iron 4 wurde das neue DLC-Paket No-Step-Back enthüllt, das sich auf die Ostfront konzentriert. Polen und die baltischen Staaten werden neue nationale Schwerpunktbäume erhalten. Außerdem wird es angeblich möglich sein, eigene Panzer zu entwerfen. Einen Release-Termin für PC gibt's aber noch nicht. Für Cities Skylines stehen ab sofort neue Content Creator Packs für PC, PS4 und Xbox One bereit. Zumindest vorläufig nicht für Switch. Diese enthalten einmal Züge und Bahnhöfe und einmal Brücken und Piers. Außerdem gibt's zwei neue Radiostationen. Die Packs mit den neuen Modellen kosten jeweils 4,99, die Radiosender 3,99. Bei Stellaris wurde der Release des vierten Erweiterungspakets für Konsole, also PS4 und Xbox One auf den 17. Juni 2021 datiert. Viele weitere Infos gab es noch nicht.